und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde des gepflegten klemmersteinbaus im hause steingemachtes gab es mal wieder einen sale und auf die verbraucherinformationen der übelsten sorte bin ich natürlich mal wieder reingefallen und war danach mal wieder glücklich ich habe mich aber sehr zurückgehalten ich gebe es zu aber zu ein paar sachen habe ich mich auf jeden fall hinreißen lassen und die möchte ich euch heute zeigen und wie immer könnt ihr natürlich wenn dieses video online ist für das übernächste video das set bestimmen welches dann aus diesem paket von steingemachtes sein wird ich würde sagen wir verlieren gar keine weitere zeit und fangen mit dem ersten set an ist ein kleines set nicht nur von der steinanzahl sondern auch von der steingröße denn wir haben von lotz aus der corner reihe das badezimmer die 1 9 0 4 592 steine und ich finde das so knuffig auf den ersten blick die figuren gefallen mir auch kleine lotz figuren ich bin sehr gespannt was mir dieses set geben wird auf jeden fall würde ich mich freuen wenn ich das in näherer zeit bauen kann mit sprachenlernen bubble bin ich dann auch noch darauf gekommen dass es nähere zukunft heißt aber gehen wir doch zum nächsten set ebenfalls von lotz also die kleinen steinchen es ist aus der multivers portal reihe eine reihe die ich sehr sehr cool vom konzept finde denn wir haben hier mehrere räume die mit einem portal am ende verbunden werden und wenn man diese vier räume hat sieht es so aus als ob die helden durch das portal springen und ein neues abenteuer erleben können hier das set 2 von 4 und zwar die 1748 445 steine mit einem astronauten thema auch auf dieses set bin ich sehr gespannt kleine sets mit normalen steinen werden jetzt als nächstes folgen denn wir haben von kobe die 24516 den neuen himmelblauen drabant 601 deluxe im maßstab 1 zu 35 aus 71 steinen das war ein set was ich in dem sale auf jeden fall mitnehmen musste und ich finde auch der ball casp 1000 in der feuerwehr edition aus der youngtimer collection kann sich zumindest auf der verpackung durchaus sehen lassen ebenfalls maßstab 1 zu 35 151 steine und die set nummer 24594 auch dieses set ist im sale förmlich von allein in meinen warenkorb gesprungen und ihr wisst wenn ich solche videos mache wird es meistens sehr kobe lastig deshalb ist auch das nächste set wieder ein vertreter von kobe und zwar die kobe 5720 die devotee d520 aus der historical collection 283 steine und eine figur mit dem zweiten weltkriegsthema ich stehe ja generell sehr auf die kobe flugzeuge und deshalb denke ich dass auch dieses set mich nicht enttäuschen wird und mit kobe und world war 2 geht es auch weiter und zwar mit der set nummer 2286 548 steine eine minifigur der stück 3 ausführung f8 flammenpanzer was ich an diesem panzer so interessant finde ist dass wir hier diese optik aus schneetan beziehungsweise schnee und eben einem schwarzen panzer haben wenn ihr mich fragt ohne jemanden beeinflussen zu wollen das wäre mein favorit für die abstimmung und wie gesagt ich habe mich eher etwas zurückgehalten deshalb war es das auch schon aber ich würde sagen für einen kleinen auffülleinkauf beim sale von stein gemachtes ist das doch eine ganz ordentliche ausbeute vergesst wie gesagt die abstimmung nicht damit ihr das übernächste video entscheiden könnt und wenn euch dieses video gefallen hat lasst mir gerne einen daumen nach oben und ein abo daumen zukunft nichts mehr zu verpassen das nächste video ist natürlich auch wieder eine set review ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valley prick